Warum mein Kanal vielleicht gebannt wird? Boah, das würde uns freuen. Das würde uns doch freuen. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei denen er datet mittlerweile seine Schwester. Alright, auch cool. Entspannt. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, warum Kevin den Nächstes hoffentlich gebannt wird. Hallo, ich habe mir gerade noch Getränke geholt. Schönen guten Tag. Freunde, ich hoffe so sehr, dass man Domo den kleinen Spinner nicht hört im Hintergrund, weil der läuft gerade auf volle Pulle, weil hier Turbo warm ist. Jungs, ihr kennt mich schon in One Mace? Ich habe ihn noch nicht mehr gezeigt, ihr dummen. Freunde, was geht ab? Ich grüße euch. Ich habe einen Akku-Dummy bestellt für die neue Cam. Das bedeutet, wir können jetzt immer die neue Cam usen, die 4000 Mal geiler aussieht. Holy shit. Jetzt sieht man deine ganzen Picke. Ja, holy shit. Dicke, die waren zum Glück so groß, dass man die vorher schon gesehen hat. Holy shit. Bro, dafür liebe ich dich. Für? Ey, du, der Arme, Junge, Junge, Junge. Können wir auch, wenn ich so mocken für meine Fußballskill? Sehr, sehr wack. Ihr Wichser, ich habe übertrieben lange kein Fußball gespielt. Locker zehn Jahre. Time to shine, let's go. Jetzt, ja. Digger, no joke. Ich habe mich noch nie so krass wie ein Grobmotoriger gefühlt, wie bei diesem Trivex-Event. Ich habe einen neuen gehabt. Heilige Scheiße. Ich kam überhaupt nicht klar mit meinem Körper. Ich war so überfordert. No joke. Ich habe geschossen wie so ein Lurch. Es ist wirklich ganz schlimm gewesen. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Immerhin kein Körperteil gebrochen. Ja, ich imagine, man dringt sich zweimal ein Schüsselbein. Lull W, Bro. Muss man auch erst mal schaffen, Digga. Oh Mann, ey. Freunde, apropos, muss man auch schaffen. Ja, das ist ja. Real to. Ich bin so gespannt. Wenn dein Twitch-Kanal gebannt wird, dann habe ich endlich eine Chance auf Twitch, Leute. Ach, scheiß auf. Ja, kritische Sache, Freunde, tatsächlich. Kurz, kurz Serious Mode. Wir haben den zweiten DMCA-Strike bekommen, wegen dem Bray Travis, FeelsBadMan. Das Ding ist halt, wenn wir Spotify-Musik hören, dann hört man das im Bot und im Clip nicht. Was ich aber halt nicht beachtet habe, eins, zwei Mal. Und das hat uns gefickt. Ich habe halt auch YouTube-Videos angeguckt manchmal mit Musik drin. Also, ich habe auch YouTube-Videos angeguckt mit Musik drin. Zum Beispiel halt Travis Scott, Joe's Might. Ich glaube, so spricht man es nicht aus. Ich vergesse aber jedes Mal, wie man es richtig ausspricht. Josemite. Warte, ich muss kurz googeln. Aussprache. Oh mein fucking Gott. Yosemite. 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 Ist es richtig? Ist es richtig? Yosemite. 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 Ist doch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir uns den zweiten DMCA-Strike bekommen. Und jetzt habe ich hier immer diese lustige Nachricht oben. Konto bedroht. Dein Kanal hat zwei Verwarnungen wegen einer Urheberrechtsverletzung. Bei drei Verwarnungen wegen Urheberrechtsverletzung wird dein Konto möglicherweise geschlossen. Das heißt, wenn wir noch einen DMCA-Strike haben, dann kriegen wir den Permabahn. Popcherm. Das heißt, noch einen Weg, wie es zum Permabahn führen kann jetzt, Freunde. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können sich nur gebannt werden für immer, wenn wir irgendeine Scheiße bauen, sondern auch, wenn wir einfach einen DMCA-Schwierigen-Track laufen lassen. Let's go. Ich habe richtig Bock. Das macht überhaupt 0% Kopfschmerzen. Nice. Ja, Dicker, das ist ein bisschen Abfahrt, Freunde. Aber wir haben gestern, oder ich habe gestern, oder vorgestern, ich weiß nicht genau, alle Clips und alle Wotts gelöscht. Und das Ding ist, ich habe mit Dominik drüber gesprochen. Ich hätte es einfach so machen können, dass ich quasi einen zweiten Browser nehme, nur für Musikvideos, der auch im Wotts nicht zu hören ist. Aber, Dicker, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, aber übertrieben smart eigentlich. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt fühlt, aber ich finde, ich sollte das jetzt einfach gar nicht machen. Auch wenn die Möglichkeit da besteht. Aber ich glaube, wir müssen einfach darauf verzichten, Dicker, um es nicht zu riskieren. Weil, Freunde, Alter, auf YouTube, LMAO, Lach-Emoji, Chat-Nachrichten habe ich jetzt nicht so Bock drauf, genau, deswegen weiß ich nicht so ganz, Dicker. Einfach gar keine Musik mehr hören. Ja, IGs, also halt, bei Spotify höre ich halt meine Tracks, die ich hören darf, also da habe ich halt Lizenzen für, für diese, diese, diese Playlist, diese Playlist, diese Playlist, so, you feel me? Diese Playlist, also Epidemic und Monster Care werde ich weiterhin hören, aber halt, wir können jetzt nicht irgendwie Travis Scott, Josemite, können wir halt da nicht hören. Schade, Kevin. Dann ist es so, Dicker. Schade, Mann, schade, schade, schade. Willst du bitte einen fetten, der im Saison ballern? Nicht Spaß, was rauscht denn der so? Ah, das ist mein Lüfter. Hört mal den so doll. Ich hab, Bro, ich hab Domo heute, okay, Freunde, ich hab Domo heute komplett bestückt, Alter. Der Mann hat unten sehr viel Wasser bekommen und Eiswürfel. Und es ändert überhaupt nichts. Der Bastard ist immer noch genauso warm wie vorher. Dicker, er lüftet mir einfach nur die scheißwarme Luft in meinem Maul. Dicker, es ist so schade, wie Kevin mit dem umgeht. Inwieweit soll das funktionieren? Imagine, der Atze, der dafür gesorgt hat, dass ich den DMCA-Claim bekommen hab, ist da hinten einfach als Bild. Safe hat Travis selber gesagt, strike den Wichser weg. Ich hoffe, dass Travis dir sogar eine Anzeige stellt, Alter. Weil er sein Bild benutzt, weil es ihm so unangenehm ist. Travis Snitch. Nice, Digga. Bleiben ohne Leid, dankeschön, puss, puss, puss. Ich kümmere deine Augen. Danke, Digga. Nein, ich kann kotzen. Ich meine, der kann nix dafür. Es ist halt, es ist halt so ein, keine Ahnung, es sind halt die Mables und Shit, aber ja, was willst du machen? Freunde, zweites Thema für den kleinen Talk hier am Anfang. Am Wochenende, wer bin ich? Das war mein Forster, Digga. Am Wochenende, Samstag, Sonntag, 36 Stunden streamen. Das wird sehr, sehr nice, ich freu mich sehr da drauf. Du musst mal gucken, ich hab... Warte mal, poppen wir kurz die Pillen. Ich hab eigentlich nix geplant, also das wird... Ja gut, also Kevin wird bald gebannt, das freut uns doch alle, da sind wir doch da schon mal zufrieden. Sehr, 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 sehr schön.